So, let's play Metal of Honor Warfighter Multiplayer Modus im griesen Gebiet. Wir nehmen mal den Kanon hier. Wir nehmen mal den Kanon hier, weil wir nehmen wir sonst nie aus dem einfachen Ding raus. Wir haben uns jetzt für den entschieden. Da sollen wir verteidigen. Granate! Wer ist das? Wir nehmen das Zeug. Wir sind getroffen! Hey! Ich brauche hier mal Hilfe! Danke, Mann! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Die müssen wir mal anschaffen mit dir. Wollte ich zumindest. Leute so wird das nichts, wir müssen die Bombe auch entschaffen. So, den haben wir erledigt. Hm. So, dann! 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 Dann muss ich auch mal mit dem ein paar Funke machen. So, dann! So, dann! So, dann! Oh, Jürgen! Leute, das wird ne Loser-Runde hoch 10. Ich meine, mit Felder spielen wir das auch eigentlich nicht, aber naja, gut, müssen wir jetzt durch. Ja, vor allem, was macht der da? Kann er nicht mal hinter ihm versteckt bleiben. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das ist ja gut, unsere Granaden haben wenigstens jemanden gekillt, ich glaub sogar zwei nacheinander. Schatten! Hey, helf's dir mal! Narschuscher! Ja, ich habe leider verloren, aber meine KT kann es sich sehen lassen, 6 zu 7, das ist in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Eko-Schlüler Let's Play aka Goal Grand Theft, bis zum nächsten Medal of Honor Multiplayer Gameplay. Ciao!